Hallöchen, hier sind die Inge. Und die Renate. Und wir sind Gott. Ja, das klingt erstmal ein bisschen komisch. Das ist aber so. Ach du, wir haben wieder so viele Beschwerden. Immer an dieser Weihnachtszeit. Wegen diesem Geschenke-Stress, das ist furchtbar. Ja, Inge, wir haben aber gesagt, diesmal schenken wir uns nichts, nur den Kindern. Du sag mal, du, Jesus, wünscht er sich was? Also weißt du was? Ja, eventuell. Ja, was wünscht er sich denn? Einen Rheumatopf. Ja, da kocht er denn was? Ab und zu. Ja, bin ich ja nochmal gespannt, du. Und am Ende steht es nämlich wieder nur in der Äckere. Wie der Tennisschläger vom letzten Jahr. Nicht einmal hat er damit zu furcht gespielt. Liebe Schöpfung, für weitere Clips mit Ihren Schöpfern, klicken wir bitte jetzt auf Abonnieren. Ja, es gibt hier auf dem Kanal auch noch andere Videos von einem gewissen Karsten Strauch. Ich weiß es nicht, den muss die Ingegeschöpfte haben. Ein sehr aufgelenktes Typ. Ach ja, was ich noch sagen sollte. Die anderen Videos sind aber auch sehr gut. Ciao.